Die neue Maschinenrichtlinie 2006-42EG stellt zusätzliche Anforderungen an trennende Schutzeinrichtungen. Wir möchten Ihnen heute zeigen, wie Sie mit der Sicherheitsaufhängung von ETHEN trennende Schutzeinrichtungen gemäß dieser Maschinenrichtlinie leicht und einfach aufbauen können. Die Besonderheiten. Zum einen eine hochfeste Aufhängung, widerstandsfähig gegen Schlagbelastung. Eine Sicherheitsschraube mit einer verstemmten Einschwenkmutter, welche unverlierbar ist. Die Sicherheitsschraube ist manipulationssicher, weil sie nur mit einem Spezialwerkzeug bedienbar ist. Nur das passt so zusammen. Ein weiterer Vorteil ist die Ein-Mann-Montage. Das gesamte vorgefertigte Schutzfeld kann durch eine Person montiert und demontiert werden. Das Fixieren erfolgt dann im Handumdrehen. Das Schutzzaunelement anheben und in die untere Aufhängung einhängen. Der Schutzzaun verbleibt in dieser Stellung, bis er sicher verschraubt ist. So ist von Weitem erkennbar, wenn ein Schutzzaunelement nicht sicher befestigt ist. Zur sicheren Befestigung wird das Schutzzaunelement angelegt und gleichzeitig die unverlierbare Befestigung in die Nut eingeschwenkt. Das Langloch in der Sicherheitsaufhängung lässt dabei eine hohe Flexibilität beim Ausrichten zu. Das Fixieren ist dann sehr einfach. Die Produktvorteile in Kürze. Geöffneter Schutzzaun wird sofort erkannt, Sicherheitsschraube mit unverlierbarer Befestigung, eine crashsichere Stahlkonstruktion und eine einfache wirtschaftliche Ein-Mann-Montage. Weitere interessante Produkte finden Sie unter item24.com. Wir freuen uns auf Ihren Besuch bei item24.